Beim Gedanken über deine nächste Lateinklausur, kriegst du schon wieder schlechte Laune? Das muss jetzt nicht mehr sein. Wir haben genau dafür jetzt die perfekte Lösung. Übungen, Probeklausuren, Videos und noch mehr Inhalte, perfekt auf deine nächste Klausur abgeschnitten, findest du in unserem Online-Kurs. Und für den perfekten Start ins neue Schuljahr gibt es noch einen fetten Rabatt. Link in der Beschreibung. Moin Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf dem Kanal Learning by Watching. Und ja, wie ihr bestimmt schon heute den Titel gesehen habt, ist das heute der Beginn einer Latein-Anfänger-Reihe. Wir werden uns in den nächsten 5 Videos angucken, was für Basics muss ich denn haben, um überhaupt den Latein wirklich durchstarten zu können. Heute werden wir uns vor allen Dingen mit Wortarten beschäftigen. Also wir werden uns angucken, welche Wortarten gibt es denn in Latein, die man so kennen muss. Danach welche Satzarten gibt es. Und zu Schluss noch, welche Kasi gibt es. Da sind wirklich die Basics, da ist auch viel zum Teil deutsche Grammatik dabei, die aber in Deutsch nicht so wirklich direkt behandelt wird, aber in Latein sehr, sehr wichtig ist, da es relativ ähnlich zum Deutschen aufgebaut ist. Ich kenne viele Leute, die sagen, okay, ich bin durch Latein eigentlich sogar besser in Deutsch geworden, weil ich die Grammatik das erste Mal richtig verstanden habe. Denn man beschäftigt sich in Latein wirklich sehr, sehr viel auch mit der deutschen Grammatik. Da eben der Hauptteil des Lateinunterrichts, beziehungsweise auch einer Lateinklausur immer das Übersetzen ist, muss man sich da auch sehr mit der deutschen Sprache beschäftigen, da man es ja auch in Deutsch dann umformen muss, beziehungsweise übersetzen muss und hier auch auf die Grammatik im Deutschen achten muss. Deshalb würde ich sagen, fangen wir direkt mal an mit dem heutigen Video. Kommen wir zunächst einmal dazu, welche Wortart muss ich denn kennen und dazu auch mal ein, zwei Beispielwörter, damit ihr euch das mal so ein bisschen vorstellen könnt. Zunächst einmal der erste große Wortblock sind die sogenannten Substantive. Die werden auch im Deutschen sonst Nomen genannt. Das könnten zum Beispiel Objekte sein, also Akkusativobjekte, Genitivobjekte, Dativobjekte, aber auch Subjekte. Subjekte und Substantive werden häufig gleichgesetzt. Hier muss man jedoch drauf achten, Substantive ist der große Überblock und Subjekt ist ein Satzteil in einem Satz. Also ein Subjekt ist direkt schon ein Nominativ, also kann man theoretisch sagen, alle Subjekte sind Substantive, aber nicht alle Substantive sind Subjekte. Hier ist ein Beispiel dafür, Puer. Dann zunächst einmal dann noch die Adjektive. Diese beschreiben eben ein Substantiv näher, kennt ihr bestimmt schon aus dem Deutschen, werden auch zum Teil, glaube ich, mal V-Wörter genannt, aber hier einfach Adjektive. Ein Beispiel wäre dazu, Bonus, A, um. Dann die Adverbien, kann man sich auch relativ jetzt aus dem Lateinischen schon herleiten. Adverbien, Verben, Ad, bei Verben, also stehen im Prinzip zu den Verben, stehen neben den Verben und beschreiben eben das Verb näher. Beispielsweise Kitate. Heißt dann, hier versucht man so ein bisschen Informationen rauszubekommen, was das Verb ist. Im Endeffekt ist es eine nähere Erläuterung des Verbes. Dann noch die Verben an sich. Diese beschreiben eben eine Handlung, beispielsweise Laudare, Loben. Also generell, Verben, dazu gehören auch Infinitive und Prädikate. Infinitive sind die Grundformen eines Verbes und Prädikate sind dann schon in Personalform, die dann eben zu einem Subjekt passen. Dann gibt es noch die sogenannten Konjunktionen. Das sind eben Wörter, die einen neuen Satzteil einleiten, beispielsweise KUM. Also gibt es auch Subjunktionen. Subjunktionen sind Konjunktionen, die einen Nebensatz einleiten. In dem Fall werden wir uns das gleich aber noch genauer bei Satzarten auch angucken und in den folgenden Videos. Dann kommen wir noch zu Präpositionen. Das sind eben Ortsangaben, beispielsweise IN. Das ist eine sehr, sehr bekannte Präposition. Hier muss man eben darauf achten. Die stehen häufig bei Applativen oder auch bei Akkusativen. Und dadurch kann man auch schon viele Informationen rausziehen. Dann kommen wir zum nächsten Thema. Welche Satzarten gibt es denn jetzt? Es gibt beispielsweise den Hauptsatz. Das ist jetzt hier in dem Fall PUER laudat. Das heißt, der Junge Lob. Das ist ein relativ kurzer Hauptsatz. Aber hier ganz einfach, genauso wie im Deutschen PUER laudat. Ein ganz normaler Hauptsatz ohne Nebensatzeinleitung. Kann alleine stehen, also Hauptsatz. Dann haben wir den Nebensatz PUER laudat. KUM ANTONIA WINKIT. Der Junge lobt, weil Antonia gewinnt. KUM ist hier eine Nebensatzeinleitung, also eine Konjunktion, beziehungsweise eine Subjunktion. Haben wir auch gerade eben schon als Wort gehabt. Und das leitet eben diesen speziellen Nebensatz ein. Dann haben wir noch den Fragesatz. Das ist CUER ANTONIA WINKIT. Das hier ist in dem Fall ein direkter Fragesatz. Also auch mit einem Fragezeichen hinten dran und einem Fragepronomen. Warum gewinnt Antonia? Man kann das Ganze natürlich auch noch in einer indirekten Frage umwandeln. Also er fragt, warum Antonia gewinnt. Wäre dann eine indirekte Frage. Aber zu dem ganzen Block-Fragesatz habe ich ein ganz neues Video gemacht. Das könnt ihr euch auf jeden Fall auch mal angucken. Das ist genau über dieses Thema direkte, indirekte Fragen in Latein. Aber das hier erstmal zum groben Überblick, was für Sätze gibt es. Dann zuletzt nochmal, welche Kasi gibt es? Kasi kommt von Kasus, das ist die Mehrzahl. Ein Kasus ist der Fall, in dem ein Wort steht, wenn man das jetzt mal so ausdrücken will. Also der Fall eines Wortes wird auch im Deutschen gesagt. Im Deutschen gibt es nämlich vier verschiedene Fälle. Den Nominativ, Genitiv, Dativ und Akkusativ. Habt ihr wahrscheinlich schon mal so gemacht. Viele Leute nur am Rande. Zum Teil gibt es auch Leute, die nach dem deutschen Unterricht, die noch gar nicht so wirklich kennen, nur mal irgendwie gehört haben, aber auch nicht mehr wissen, was ist das jetzt genau. Und genau deswegen gucken wir uns das jetzt nochmal in diesem Video an. Es wird dann vielleicht jetzt der eine oder andere auch wieder sagen, ja, warum ist das denn jetzt hier so viel Deutschgrammatik? Aber das ist nun mal sehr, sehr wichtig, um nachher auch Latein zu verstehen. Denn wir werden uns nicht nur mit Latein beschäftigen. Latein ist wichtig, um nachher einen Text zu haben, den wir ins Deutsche bringen können. Aber es bringt uns nichts, den lateinischen Text zu verstehen, aber nicht zu wissen, wie bringen wir den ins Deutsche. Also müssen wir auch die deutsche Sprache genauso gut können. Das ist wie bei einer Translation. Aufgabe in Englisch. Dort musst du eben auch nicht nur Englisch können, sondern eben auch Deutsch, weil wir müssen es in zwei verschiedene Sprachen umwandeln, beziehungsweise immer vom Lateinischen ins Deutsche. Das ist das Gute in Latein, dass man eben nur von der einen in die andere Richtung übersetzen muss. Aber genau deswegen müssen wir eben auch die deutsche Grammatik beherrschen, die aber zum Glück natürlich auch sehr, sehr ähnlich zur lateinischen Grammatik ist. Und diese Grammatik muss man auf jeden Fall mal aufrichten, weil ansonsten hat man auf jeden Fall Probleme nachher in Latein. In Latein muss man jetzt nochmal sagen, es gibt einen weiteren Fall, nämlich den sogenannten Ablativ. Der ist der fünfte Fall, der kommt nach dem Akkusativ. Im Ablativ stehen häufig adverbiale Bestimmungen, die man normalerweise im Deutschen nicht zu einem Fall zuordnen würde, sondern einfach eine adverbiale Bestimmung, als das Ganze darstellen würde. Jetzt wird hier bestimmt der eine oder andere wieder auch sagen, es gibt noch den Vokativ. Der Vokativ, den wird man am Anfang mal sehen, weil er in Tabellen steht. Danach wirst du den aber nicht mehr sehen. Den habe ich beispielsweise, glaube ich, einmal bis zu meinem Latinum gebraucht, ansonsten nie. Deshalb zählt er jetzt hier nicht wirklich als einzelnen Fall, weil man den auch sonst normalerweise in Klausuren nicht mehr braucht, beziehungsweise auch im Grammatikteil nachher nicht mehr braucht. Hier ist ein Beispiel jetzt für eine adverbiale Bestimmung im Lateinischen. Der Art und Weise wäre jetzt hier im Prinzip der Fachbegriff dafür, für Ablativus Modi. Aber zu den einzelnen Ablativen und auch Dativen, die es gibt, habe ich noch einzelne Videos dazu gemacht. So, das war es erstmal zum ersten Teil. Die nächsten Teile werden auch noch kommen, die ihr euch auf jeden Fall mal anguckt, falls ihr die noch nicht gesehen habt. Dort werde ich nochmal andere Themen detailliert aufgreifen. Ansonsten guckt gerne mal in der Beschreibung auf meiner Website vorbei. Dort gibt es weiteres Lernmaterial und natürlich auch unseren Online-Kurs, der perfekt auf den Lernstoff in der Schule angepasst ist. Ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin haut da rein und ciao.